Ich erkläre, wie man Zeugnisschnitte berechnet, wird es immer wieder gefragt. In Mathe ist es ein bisschen anders wie in Physik und das gilt für Bayern. Die großen Leistungsnachweisen, die Schulaufgaben, da mache ich jetzt einfach hier die 4 plus 2 plus 2 durch 3, dann habe ich den Schnitt der Schulaufgaben. Und das ist 2,666 und so weiter und man nimmt nur die zwei Stellen hinterm Komma und schneidet bei Notenberechnungen üblicherweise ab. Das ist aber nicht schlimm. Also 2,66 ist der Schnitt der Großen und der Schnitt der Kleinen. Da mache ich jetzt hier die 1 und die 5 und die 3 und teile durch 3 und bekomme 3,00. Die beiden werden verrechnet, wobei Mathe die großen Doppel zählen. Also 2,66 plus 2,66 plus 3,00, weil die großen Doppel zählen und das Ganze durch 3. Und dann habe ich 2,77, also eine 3 im Zeugnis, leider aber ein schöner 3. Es ist der Sonderfall, dass eine Lehrkraft sagen könnte, Kurzarbeiten zählen doppelt. Die Kurzarbeit war die 1, die zählt doppelt. Dann würde ich an der Stelle eben machen, die 1 zählt dann doppelt. Und dann habe ich die 5 und die 3 und dann teile ich durch 4 und dann bekomme ich den Schnitt der Kleinen. Aber immer Schnitt der Großen, Schnitt der Kleinen, also den Schnitt und den Schnitt und die Schnitte dann verrechnen. Bei Physik genauso, nur da ist es eben 1 zu 1. Also Schnitt der Großen wäre in dem Fall 2,50. Schnitt der Kleinen wäre 2,33. Wir schneiden ab und jetzt 1 zu 1 verrechnen. 2,50 plus 2,33 durch 2. Und dann habe ich hier 2,42. 2,42 in Physik. Eine 2 ist schön, macht Spaß. Dann noch so eine Ergänzung. Ich werde immer wieder gefragt, was ist bei 4,50? Ja, bei so einem Schnitt, was kommt bei einem Zeugnis? Also da ist beides möglich. Das Runden ist jetzt egal. Also bei 4,50 kann man die 5 hergeben oder die 4 hergeben. Wobei die bessere Note die normale Note ist und die schlechte Note braucht eine Begründung. Dann werden alle Lehrkräfte der Klasse das diskutieren. Und es muss sogar die Zeugniskunft, also sämtliche Lehrkräfte kurz abstimmen, dass sie dem zustimmen, dass bei 4,50 die schlechtere hergegeben wird. Dagegen die bessere wird durchgewunken. Da wird nichts diskutiert. Wann gibt man bessere, schlechtere her? Naja, angenommen jemand hat 4 Schulaufgaben geschrieben und gibt es Schüler X und Schüler Y. Schüler X hat die Schulaufgaben 6 und dann 5 und dann 4 und dann 3. Und es gibt 4,5 und Kurzarbeiten ähnlich, gibt dann auch 4,5. Und jemand anderes hat 3, 5, 4. Nein, hier machen wir so ganz klassisch. So, ganz, ganz. Ja, halt 3, 4, 5, 6. Der hat auch 4,50. Und dann ist die Gefahr einfach ziemlich groß, dass man diesem Schüler doch die 5 gibt, weil man sagt, ganz am Schluss eine 6. Das heißt, abgerutscht. Nächstes Jahr keine Chance. Dagegen hier ist also die 4 so gut wie sicher. Ja, also wird immer besser. Da sollte nichts passieren. Und das wird eben diskutiert. Und dann, wenn es eng ist, mit den Lehrkräften reden, mit den Beratungslehrkräften reden. Gibt viele Möglichkeiten. Vorrücken auf Probe und so weiter. Mal geht es, mal geht es nicht. Das ist komplex. Aber so geht die Notenberechnung. Genau. Und dann geht es, mal geht es. Und dann geht es, mal geht es. Und dann geht es, mal geht es. Vielen Dank.